ja die stadt schon können tun mehr 22 stück schon gesetzt Also insgesamt 11, weil es ja doppelte Dinger sind. Eins, zwei, drei, vier. Und? Ich überlege gerade, wie viel Holz ich hier rauskriege. Ich nehme meinen Bodenstrahl kaputt gegangen. Ja, reicht wunderbar. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Bei meinem Glück habe ich mich gerade verrechnet. Das ist nicht cool. Ne, habe ich doch nicht. Ich habe alle meine Boote kaputt gemacht. So. Alles klar. Dann pflanze ich mal... Ich glaube, ich glaube. Dann pflanze ich mal da unten wieder neue Truhen hin. Eine Creeper erwartet mich auch schon. Scheiße, das ist nicht symmetrisch. Muss ich nochmal ein bisschen abbauen. Ja, es ist... Das ist gerade voll in die falsche Reifen, das ist auch schön. Ja, passiert, ne? Nicht, ne? So. Ja, das ist schon mal gut hier. Das ist schon mal gut. 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 Das ist nicht gut. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist scheiße. Werkzeuge Na verbaue ich mich, das ist echt scheußlich brauchst du dich? mich verbaut was ist denn los? was ist denn los? kein Haarföhn so schön wie ich das mal ausdrücke ok 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 Wo drauf? Spätes So, dann lassen wir da zwei Saferientag Kann auch sein Morgen ist Freitag noch Ja, ist der Saferientag Dann kann man da auch nochmal durchgehen, dann lässt sich das mal frei Ja, gut Das ist zulässig Was ist du? Was ist du? Was ist du? Ah, verdammt Dammit Dunkel So muss ich die bauen Muss ich da Platz lassen Ich fahre jetzt einfach mal ins offene Meer Du fährst ins offene Meer Du fährst ins offene Meer Mal der Sonne entgegen Ah, ja Immer der Sonne nach Hol sie wieder zurück Hol sie die Sonne zurück Ja Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg Sumpf Ja, gut Das Ding auch so viel Ich gehe mal zu Fuß weiter wenn es im Gebiet So Das Ding ist fertig Und das kann ich nicht so bauen Doch kann ich Kannst alles Ich glaube man durch Nee, kann ich nicht Okay? Nee, ist das scheiße Okay, dann lass ich das hier weg Alles klar So Jetzt habe ich noch 12 Drohnen übrig Von 64 Stück Einfach irgendwie Einfach irgendwie Einfach irgendwie Das ist eine gute Antwort Ähm Doch meine So Ja Jetzt brauche ich Schilder Boah, Schilder sind schon gut, ne? Ey, du hast ein vertoppeltes Buch gefunden Ach, schon länger Ach, wir haben ja keinen Amboss Warum haben wir noch keinen Amboss gebaut Aber wenn wir nicht genug Eisen haben Vielleicht deswegen Aber jetzt haben wir doch genug Eisen Ja Ja, aber jetzt haben wir noch keinen gebaut Kannst du einen bauen Ähm Mach ich gleich Lass dir Zeit Lass dir Zeit Mach ich auch Gut mein Junge So, dann brauche ich ein paar Schilder Jetzt brauche ich wieder Steinziegel Das dürfte reichen Das ist ganz spitzhackig, brauche die Das brauche ich nicht Das brauche ich nicht So Jetzt legen wir auch mit Sollen wir auch Weihnachtsbäume anpflanzen Wir willst auch Weihnachtsbäume anpflanzen Alles anpflanzen Wir haben Dschungel Davon habe ich glaube ich das jetzt nicht genommen Ja, kann ich nochmal zurückfahren Ich nehme genug Folgenzeit Oh ja Die Verbindung hängt gerade irgendwie bei mir Es kann sein, dass der Server lag Nur Büschkel Wir haben Dschungel itäten Das Lass die an der wand er kann es auch an der wand haben der kann das noch wieder schon der dungel an der wand an der wand ab an die wand da und schäm dich der das der das und wir eis abbauen denkfehler der krieg das der kann das das ja dann stecken das ding dahinter Dann kriegt er das Machen wir das da Das da Machen wir das so Alles klar Jetzt dürfte es hier unten stimmen Jetzt muss ich kurz gucken Ob hier oben alles stimmt Bau dich ab Dirk das in der Ecke Da mache ich das an der Wand Da mache ich das an der Wand 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 Stein Das hat mir selbst hingefallen Der Dschungel hat mal keine Wüste mehr fallen Müssen Weiße So Jetzt habe ich da schon mal überall Schilder draufgesetzt Wand Stein Wallen Stein Stein Wand Stein 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 Der Welt. Was bist du? Bei der Welt gibt es immer eine Karte rum. So, ihr habt nicht genug Schilder. Was? Ihr habt nicht genug Schilder. Welche machen? Mach ich doch grad. Es ist immer nicht so einfach, wie es aussieht. Ähm. Äh. Wir sind dann ab bis jetzt noch nicht ein einziges Mal ein Monster hingekommen. Noch nicht ein einziges Mal? Nö. Ich glaub die fürchten mich. Die haben Angst vor dem kleinen Gonner. Mächtig, prächtig. So. Jetzt. Wo denn hier hin? Dort steht. Wir können jetzt einfach jetzt Fly anmachen und dann ein schönes finde. Nix mit Fly. Groß. Nix interessantes irgendwann mal. Hä? Ich hab auch noch ne Welt, wo nix drin ist. Diese, wo nix Welten. Nix. Alles klar. So. Das ist fertig. Da muss ich jetzt gleich nur, müssen wir gleich nur noch reinschreiben, wo was dran ist. Oh, müssen wir machen. Oh, müssen wir machen. So. Da wird noch nix angezeigt, ey. So. Schilder hängen jetzt überall. Echt? Äh, ja. Mann, das ist geil aus hier. Gold ist auch fertig. Eisen ist auch fertig. Geil raus. Geil, 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 geil. Ist nix. Hä? Ich war doch... Ich war doch noch irgendwo Eisen drin. Hast du schon einmal Eisen rausgenommen? Einmal Eisen hast du rausgenommen, ja. Achse. Na, Ruhe. Na, ja, ich hab's gerade gesucht, darum ging's ja nur. Ähm. Machen wir daraus mal die Dinger. Oh, die ist echt da. So. Jetzt Fleisch. Losboot, flieg, flieg davon. Nur Wasser. Nur Wasser. Und herum nur Wasser. Das kann's nicht sein. Hä? Ich jetzt grad... Emelig, ja. Ah, Moment, ich hab was vergessen. Nichts los aufm Wasser. Nichts los aufm Wasser? Los aufm Wasser. Das Wasser sollte sich echt schämen. Ja, find ich auch. So, 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 so. So, jetzt da und da, das da, das da. Nein. Hä, wie baut man nochmal, äh, Speeder? Was? Wie baut man nochmal Speederschienen? Also... Ja, Schienen? Ja. Diese Schienen da? Genau. Ähm, aus... mit... Gold und... Ja. Normale Eisen, äh, normale Schienen. Da musst du auch irgendwo Gold noch hinsetzen. Ja. Das hast du... So Eisen machst du aus Gold. Nein, stimmt nicht. Ne? Ne. Auf jeden Fall in der Mitte musst du so ein Redstone Teil hinmachen. Dann kann sein, dass ich's verkehrt gemacht hab. Moment. Ne. 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 Äh. Bin ich jetzt eine blöde Schiene zu bauen? Eine kleine Mitte hinzu. Nein. Da ist doch noch hier nix ist. Ey da. Jetzt reicht's mir voll. Nein. Sooo. Oh nee. Ja einmal da möchte ich kurz hin. Das ist doch unglaublich, dass ich nicht mehr weiß, wie man äh Schienen baut. Die Speederschienen. Das war Eislaufen, ey. Hui. War auch ein extra Dorf gekommen oder so. Trichter hat die Version noch nicht.